Ja Leute, wir sind jetzt hier am Prager Wildsee angekommen mit der Biene. Die Golle ist dann eben am Klöchen und ging schon ganz schön Stahl hier hoch. Aber die Biene hat geschafft. So, hier stehen noch so ein paar von meinen Kumpels. Alles ja, ja hier fühlt die Biene sich auch wohl beim Parken. Ja, wir gehen jetzt mal zu dem See gleich und dann zeigen wir euch mal ein paar Bilder. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt überhaupt noch hört. Ich glaube, da kann man so Rundflüge buchen. Habt ihr laut hier? Da kam aber auch gerade ein Krankenwagen. Ich hoffe, da ist jetzt nichts Schlimmere passiert. So, wir haben uns jetzt mal durchgeschlagen hier. Und ja, da ist schon mit den Bergen im Hintergrund. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Hab ich schon. Hast du schon. Wir gehen mal weiter. Ja. 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 so hier lockert sich das ein bisschen auf so ich hoffe jetzt kommt keiner und der schubst mich hier rein das ist schon schön ne Schatz? ja der geht aber noch da hinten rum ne? ja da können wir ja gucken dass wir da hinten auch noch mal hingehen das ist schon gigantisch aber guck mal da oben gehen die den Berg hoch ne? ja da gehe ich aber nicht hoch ist mir alles zu anstrengend in meinem Alter aber sieht schon cool aus ja muss man sagen das ist schon sehr schön Schon heftig hier, wir haben irgendwie ein ganz doofes Timing immer. Haben Zeit ohne Ende, sind aber immer dann da, wo alle da sind. Ich glaube aber um die Zeit hast du hier immer. Die gehen jetzt mal da hinten über die Brücke, da hinten rüber und da gucken, ob da da ein bisschen leerer ist. Aber ich schon ein toller Anblick hier. Sag was. Ja, wir sind jetzt hier am Praxer Wildsee. Prager. Praxer mit S. Und heftig voll heute, ne? Also naja, ist egal. Das ist hier so ein Rundweg und ich sag mal so, wir haben jetzt so die ganze Hälfte vielleicht ein bisschen weniger schon geschafft. Sitze jetzt hier ein bisschen im Schatten und machen kleine Päuschen und... Also wenn man so ein bisschen so gelaufen ist, so ein Viertelweg, sag ich mal, dann verläuft sich das hier, die Masse. Das ist unten der Anfang. Ja. Also ich schwenke mal da unten. Da wo dieses Holzhäuschen ist. Was besser ist, da startet praktisch der Rundweg, wenn man im Uhrzeigersinn geht. Genau. Und ich stehe mal auf. Jetzt sind wir auf so eine Höhe hier mittlerweile. Und da ganz hinten rum, man sieht es durch die Bäume, eben die Helle da, da geht es gleich weiter. Da liegt sogar noch Schnee. Aber da kommen wir gleich noch näher. Auf dem Berg aber, ne? Ne, hier vorne schon. Ja, ja, ist aber trotzdem auf dem Berg. Ja. So, wir trinken jetzt erstmal ein Schlückchen hier. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Das ist ganz schön heftig. Ja. Also da ist jetzt nicht so ein Flip-Flop-Weg hier. Nein. Es sei denn, du hast die mit Grip. Ja, die neue Sorte Flip-Flop mit Grip. Ja. Also von da ganz oben sind wir runter. Eine Stelle ist hier, also die geht hier echt schön rauf und runter. Und geht im Uhrzeigersinn, weil die Strecke ist leichter als andersrum. Ja. Weil wenn ihr hier hoch geht, ist es wesentlich steiler als andersrum. Ja. Da habt ihr schon Herzriss, wenn er oben ankommt. Lieber runter steil als hoch. Zumindest ich. Ja, wir gehen jetzt hier runter. Ich lass da mal einfach mal laufen, die Kamera. Wir können gleich mal zum See gucken. Mal gucken, wie kalt der ist, ne? Genau. Und Nicole geht da mal rein. Die Badesachen drunter an. Wir gehen hier. Achtung Jungen, hier können die Kühe entgegenkommen. Hier sind die letzten Stufen. Ja, die gehen die Treppe nicht hoch. Ich fühl jetzt mal das Wasser, wie kalt das ist. Ja, dann geh mal rein. Nein, rein nicht. Guck mal, hier vorne schwimmen schon die Forellen. Hier ist es nicht so kalt wie der Toblacher See. Guck mal, hier siehst du richtig die Forellen schwimmen. Dann werden die bestimmt schon gefüttert von den Touristen. Wahrscheinlich. Und da oben seht ihr den Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den Finger richtig zeigen kann. Also das ging richtig hoch da nochmal. Und hier die steile Wand. Hammer. Total schön hier. Und je weiter ihr da von diesem Anfangsstatus da hinten entfernt seid, desto ruhiger wird das hier. Ja, eigentlich schon. So, wir machen jetzt noch ein Steinmännchen. Nein. Machen wir nicht, nein. Wir machen dann Picknick. Wir haben nämlich Essen und Trinken mit. Ja, heute haben wir mal dran gedacht, ne? Ich weiß nicht, ob euch das auch immer so ergeht. Man geht, also wir zumindest, es geht auch los. Die latschen immer los, ne? Und dann denken wir, scheiße, wir haben nichts zu trinken mitgenommen, nichts zu essen mitgenommen. Aber guck mal da oben hoch. Also hier muss im Winter schon, wenn so ein bisschen Schnee schmelzt, ganz schön was runterkommen. Ja. Schon cool. So, weiter. Oh, hier, ne Furt. Ja, muss auch, hier ist ein Brett. Die Touristen haben sich hier ein Brett hingelegt. Die mit der Flipflop, sie können so durch. Hier ist auch schön. Hier ist herrlich. Einmalig. Viele drehen auch schon wieder ab, wenn sie die steilen Treppen da hinten sehen. Da hinten gehts gleich weiter. Da müssen wir zurück. Genau. Schaffen wir, ne? Ach, sicher. Wir haben ja gut gefrühstückt heute. Hier ist auch wieder was abgerutscht oder da kommt wahrscheinlich Wasser runter. Bei der Schmelze. Das sieht schon irre aus. Aber dann da. Einfach krass. Na, Leute, kennt ihr das? Wenn ihr irgendwo so hergeht und da ist eine Ecke schöner wie die andere. Und ihr meint, da muss ich all meinen Kumpel zeigen. Ja. Das ist einfach klasse hier. Ich weiß gar nicht, ob das kommt. Das gibt die Kamera wahrscheinlich gar nicht alles so wieder. Einfach total schöne Natur. Ja. Und was mir aufgefallen ist hier, hier liegt überhaupt kein Müll rum. Ne, echt nicht. Ne, bis jetzt nicht. Ne, das sind aber keine Mülleimer. Ne. Die Leute sind so vernünftig. Und nehmen ihr Mist alle wieder mit. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Einfach irre. Also. Ich sag mal, wir haben jetzt gute Hälfte. Wobei, wenn ich so rüber gucke, der sieht, es geht zur Hälfte. So, ne. Ich sag mal, wir haben jetzt unsere Uhr nicht um. Wir haben jetzt nicht messen können, wie weiter es ist. Wie viele Schritte. Jetzt hab ich mal bei Komod geguckt. Und laut Komod hat einer die Tour einmal rum eingestellt. Einmal rum sind 4,21 Kilometer. Und bergauf, bergab 140 Meter. Höchster Punkt 1.620. Tiefster Punkt 1.490. Und da sind dann 170 Höhenmeter Unterschied. Ja. Ja, eigentlich eine gute Sache. Hier steht auch leicht. Ja gut. Ist immer relativ, ne. Der eine, der so ein bisschen trainierter ist. Der lacht da drüber. Der lacht da drüber. Und wir, die aus dem Ruhrgebiet, die sonst immer nach Holland fahren, wo keine Berge sind. Für die ist das schon, ja, anstrengend. Und hier sieht es so aus, als wenn man wohl auch noch mit dem Fahrrad fahren kann. Die werden sich aber wundern, wenn die Treppen kommen. Weil ich dich aber nicht für sinnvoll halte da an den Treppen. Die kommen gleich zurück. Also Leute, lasst euch nicht einfach mit dem Fahrrad herzufahren. Weil die ganzen Treppen da oben... Das kannst du vergessen. Das geht gar nicht. Aber so, weil gerade jemand schwimmt. Ja. Aber nie so lange. Na komm, die war schon länger. Ja, ja. Also wir haben jetzt eine schöne Stelle hier gefunden, ne. Wir essen erstmal unseren selbstgebackenen Kuchen. Brot. Ja. Das schmeckt aber gut. Ja. So sieht das aus. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Und dann geht's zum Endspurt. Und die Kuchen meint, heute gibt's kein Spaghetti-Eis zur Belohnung. Weil das kostet bestimmt 10 Euro da. Ich glaub, die haben das in Italien auch gar nicht so, ne. Mit Spaghetti-Eis und so. Meinst du? Weiß ich nicht. Wir gucken nachher mal. Hier ist voll der Touristen. Ja. Ja, wir gucken. Da war auch ziemlich voll da oben. Vielleicht fahren wir auch gleich wieder runter in den Ort irgendwo und gucken da mal, ne. Okay, wir lassen uns das jetzt mal schmecken. Und dann sagen wir mal ein bisschen nachher mal. Bis später. Tschüss. Wir haben ja gesagt, wir haben hier so einen schönen Plätzchen, damit er uns da glaubt. So ist unser Blick gerade hier. Herrlich einfach. Richtig schön. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt lassen wir uns mal, dann lassen wir uns mal alleine. Hier führt auch noch ein Wanderweg hoch. Irgendwie über vier Stunden. Die lassen wohl immer aus, ne. Und hier gibt es jede Menge Steinmännchen. Nein, die heißen irgendwie anders, ne. Steine. In allen Größen überall. Jede Menge. Ja. 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 Ich bin. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, jetzt haben wir den See umrundet, den Lago, die Breyes, auch genannt Praxer Wildsee. War eine schöne Wanderung, haben uns auch Zeit gelassen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt unterwegs waren. Zwei Stunden bestimmt. Bestimmt, wenn nicht sogar noch länger. Picknickpause habt ihr ja gesehen. Genau. Ja, wir hoffen, wir konnten für euch hier ein paar schöne Bilder einfangen. Wahrscheinlich viel zu viele. Ja, wer weiß. Aber wen es interessiert, ist es bestimmt interessant gewesen. So, dann sagen wir bis zum nächsten Video. Ja, genau. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.